Ein herausragendes Ereignis jedes Jahr. Sportliche Herausforderungen im Herzen von Münster. Münster Marathon der Spitze! Fünf, vier, drei, zwei, eins, zwei! Mein Papa, der wird 35 und der läuft heute den zweiten Marathon. Das ist ein geiler Tag, auch für mich hier. Ich hab einfach nur Spaß. Wir sind ja Teamsportler, ne? Das ist Charme vom Münster Marathon. Ja, die Laune ist super. Man wird immer angefallen und das motiviert natürlich weiterzulaufen und nicht einfach stehen zu lassen. Das Ambiente hier auf dem Prinzipalmarkt einlaufen ist, glaube ich, das Größte, wirklich. Das war wahnsinnig. Das war wirklich wunderschön. Besser als Berlin eigentlich. Die Atmosphäre, ich hätte nicht gedacht, das ist so eine gute Veranstaltung, so ein Publikum. Es ist wirklich top. Ein Aufkochen der Gefühle. Ich wusste gar nicht, dass ich das kann. Aber ich bin hier. Ich bin hier und ich lebe noch. Und ich kann auch lachen. Total cool. Die Leute haben alle mitgefiebert und haben mich unterstützt. Und daran konnte ich echt viel, viel besser laufen als sonst. Und da. Und da. Und da. Und da. Und da.